Leute, ich bin hier gerade spontan in der Lobby und denke mir so, ja okay, nehme ich halt mal direkt kurz auf. Habe hier schon zur Zeit kein Video gerade hochgebracht, eine längere Zeit. Und ja. Ja, das war jetzt halt nicht so praktisch. Ich habe gerade erst gemerkt, dass ich es nicht aufgenommen habe, ich habe den schon da vorne aufgekriegt. Digga, aber es hat die gerade keinen Connect Box gekriegt. Meine Teammates sind übelst schlecht. Die scheißen ja gar nichts, Junge. Ich bin nachgejoint, die Lobby. So viele Infanterie erlebt. Ja, lol, wo ist der jetzt? Digga. Der ist doch safe hier runter. Ja, ich habe den... Nein. Och, scheiße. Ja, ich wollte ausmachen, habe aber nicht so geklappt. Alles klar, Digga. Kennt sich halt noch mehr... Junge. Vor allem hier spielt auch noch irgendein... Spaß-Team-Gegner Gorgon, Alter. Und dann auch noch mit BoA3-Visier so. Da kommt safe noch einer. Als ob die da alle zu viert oder so kommen, Alter. Ich will ja nichts sagen, aber die Gegner sprechen sich bestimmt gar nicht zusammen ab, wo die lang müssen. Die sind auch fast alle in einer Party. Junge, wie kann... Weil, er spielt schon KRM. Ich wollte nur kurz wissen, was der drauf hat. Aber er spielt schon KRM und dann trifft er nicht mal. Nein! Oh, meine Fresse, ich lade einfach zu früh nach, Junge. Richtig bitter. Ey, wer kennt's auch, dass die Team-Mate-Sender einfach so richtig assozial blockieren, so. Ey, hier kommt doch noch einer. Ich geh lieber hier lang. Ey, da kommt doch safe noch irgendwo gleich einer, aber ich hab Konter-Drohne. Also die Gegner so. Ey, ich hab keinen Bock jetzt zu versterben mit dem Drohnen-Paket. Ja, sauber. Ja, sauber. Ja. Wie die alle Gaiern direkt, alter. Alter. Ey, wenn die da lang gehen. Ne, geh ich woanders lang. Ach, scheiße. Aber ich wollte ihn platzieren, weil sonst wäre er eh kaputt gegangen, wenn ich ihn in der Hand hätte und ich gekillt werde. Ey, ich muss mir echt abgewöhnen, einfach nach einem Kill immer nachzuladen. Und da war da doch grad noch einer. Perfekt. So, Leute, das war's dann auch schon vom heutigen Video. Tut mir leid, dass es wieder im Hintergrund so laut ist. Das ist immer noch meine Konsole. Okay, ich muss mir mal da mal was einfallen, lass ein bisschen rumgoogeln. Mal nochmal ein Lüftiger. Schön reinigen. Und ja. Das war's dann auch vom Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.